Wenn diese beiden Regierungen tatsächlich diesen Terrorakt verübt hat gegenüber Deutschland, da muss man ganz deutlich sehen, dann sind die Amerikaner nicht unsere Freunde. Sie sind nicht hier, um uns zu beschützen, sondern sie vertreten nur ihre eigenen egoistischen Interessen, und zwar auf Kosten Deutschlands. Und darauf müssen wir uns dann einstellen, wir müssen unsere Politik gegenüber den USA deutlich verändern. Wir sehen ganz deutlich, dass die USA Russland in diesen Krieg regelrecht getrieben haben und vor allem, dass sie jetzt die Ukraine immer weiter anstacheln, in diesem Krieg weiterzumachen. Es ist ja veröffentlicht worden, dass es schon letztes Jahr im Frühjahr in Istanbul, die russische und die ukrainische Delegation, dass sie schon sehr nah dran waren an einem Friedensschluss. Die wollten schon ein Abkommen machen, wollten den Krieg beenden. Und der damalige britische Premierminister Boris Johnson hat interveniert, die Amerikaner haben interveniert. Und sie haben die Ukrainer dazu gedrängt, immer weiterzumachen. Sie haben dem versprochen, sie werden Waffen liefern. Ja, der Krieg dauert schon viel zu lange. Deutschland leidet darunter, deutsche Industrie leidet, vor allem die deutschen Bürger leiden unter den hohen Gaspreisen. Das sind alles Folgen der falschen politischen Entscheidung, das sind alles Folgen des Embargos. Und die Menschen wollen deswegen, auch deswegen, dass dieser Krieg endlich beendet wird. Ja, ich bin natürlich hier, um ein Zeichen für den Frieden zu setzen. Jedes Gespräch, jeder Dialog ist immer besser als Gewalt, Krieg und Schüsse und Granaten. Ich wünsche mir ehrliche Diplomatie. Ehrliche Diplomatie und zurück an den Verhandlungstisch. Genau. Ja, wir sind heute hier, weil wir dafür sind, dass dieser Krieg in der Ukraine sofort gestoppt wird. Dafür sehen wir eigentlich nur ein Mittel, keine Waffen mehr in die Ukraine zu liefern und eine Initiative von allen beteiligten Kräften. Dazu zähle ich auch die USA, denn sie ist sehr interessiert daran bisher gewesen, diesen Krieg zu verlängern. Und man darf die Vorgeschichte des Krieges nicht außer Acht lassen. Und wie hier mein Plakat zeigt, die doppelte Moral wird hier sichtbar. Also das ist erstmal genau der richtige Standort hier, weil die USA und auch die NATO, aber vorrangig angetrieben durch die USA, der Kriegstreiber immer in der Welt war. Aber das stimmt. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020